Brötchen, Getränke haben auch alles da, was ihr braucht. Wir spielen wieder hier auf sechs Tischen und unten stehen nochmal drei, die werden nicht alle brauchen. Es besteht auch wieder freie Lackenball. Wir spielen heute auch mit der Jona 3 Stern 40 Plus, weil unsere Zelluloid-Vorräte haben sich jetzt dem Ende geneigt. Ansonsten starten wir halt einfach mal mit der ersten Runde. Denkst du an mich? Wer nicht auf YouTube lachen möchte, der schreit jetzt ganz laut. Ansonsten alles gut zum Geburtstag, so war das auch. Also keiner, der gegen das Filmen war. Noch einmal der Hinweis, das ist ein Entgegenkommen von mir. Grundsätzlich ist die Gesetzeslage so, wie es schon immer war und jetzt durch das neue Gesetz auch nochmal festgeschrieben wurde. Also öffentliche Sportveranstaltungen dürfen gefilmt und auf YouTube gestellt werden. Und da hat das Recht der Öffentlichkeit zur Information Priorität vor dem Recht auf ein privates Bild. Und da haben wir schon den King of Hooper Cup was damals noch im Bild. Und da hat das ein, vielleicht sogar zweimal, auf bayerischer Ebene in der Impfveranstaltung gewonnen. Der Matze mittlerweile nach Schwaber. Cool! Look at das! Sehr schön